Hallo und herzlich willkommen mein kleines OBI-Gaming-Freunde zu einem neuen OBI-Random-Teams-Part ich glaube da sollten wir jetzt mal wollen wir da mal so eine Serie draus machen weil wir haben jetzt das ist ja jetzt das dritte in Frankfurt was ist denn Folge davor hatten wir doch letztens auch noch ein Netzflame weiße war das auch? Hallo! das ist ja klar ich hab ganz vergessen das OBI ist natürlich auch dabei ist ja klar hallo hallo was haben wir da eine richtige Serie immer drusten? hallo oder wie? so haben wir da eine richtige Serie jetzt drusten? ja ja okay du redest so abgab wie ein Schweine ja let's go, komm Teams sag stopp ne? ja stopp oh was ist das? ja jetzt verzieht also der machte nachrichtig beiden und du? ich auch ok oh jetzt geht er ab Alter 3 2 1 stopp ja in Wölner oh er ist noch gut wie mir besser wird auch mal eine Stelle mehr hier ja ich nehme mich du die? ne die schwarzen du ach manno weißt noch in Wörniss damit hab ich mal abgezogen was? damit hab ich die doch mal abgezogen wer ist das? wen hast du? in Wörniss kenne ich nicht in Wörniss schreit der ja da ist dann ist das wohl so bei mir ist einer McGay lolololol und zu ne? ach ich kann ja nicht mal wie lang noch? neun acht sieben sechs abwohin jetzt wo du das extra weißt du? bald ich ne vier ach hab ich aber kein Glück gehabt Ami ach Ami ach ach Ade ich bin jetzt Tade sauber Tade sauber Tade sauber Tade und jetzt wieder eine andere Kamera obwohl die ist sto warte kurz ich will mal gucken was das überhaupt an ist wo Trakentele sagt er mir noch wird die Euphorie des Titelgewinns der vergangenen Saison nach aber die Frage ist wie schlagen sie sich in der neuen Spielzeit oh was das denn hier FC scheiße äh 0 4 ersten die Kirchen die Scheiße das ist ein Revier 8 ich bin auf so lebt es ist kein Papier da nehme ich die Fahne von Schelke 4 Scheiße nur 4 kommt jetzt auf wei nicht was langweil was gemeint was soll man andere verändern ich brauch das nicht außer real das was das ist kommende Ordner und winken das ist ich bin dreißner bewegen das ist schön nur deswegen ein Sturm oder was was eine Gräte von Qualität und auch kaum vorkommen für ihn und ich rieche das erste Tor von mir schon gleich jetzt es war gut man fühlt sich dann durch die Nutzung in der Scheibe es ist nicht man meint er ist er hat kein und eine was auch noch nicht das ist kann ich mich immer so sein ja ganz zu lang sie haben dort Brot kann Schimmel und was kannst du also nicht nichts doch komm ich schnell dass sie was wir müssen als Moroni kommen das das hat man aber nicht ok nächstes mal flanke ich einfach rüber alles klar kein Problem das ist ein Erkuchen Kuhn es wird es durch das Kuhn Romani der ist Coutinho bei mir ist die Kuhn achso ich hab glaub ich auf deine Anzeige geguckt ne ich hab bei dir aber auch grad das ist rechtlich ich bin doch nichts ich bin ja hier Gäste stimmt nee Inschalabra ja nee ich bin der Türke, du bist der Aslan so bitte nicht nicht das ist noch nicht gewusst hat 7 oder weil sie es noch nicht getan hat hä hä hey also was jemand der muss sagen so ne 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 jetzt jetzt rot gleich ey guck mal schon dein Zahn mit gezeigt nochmal jetzt ein Tor von mit Radu Zalew Jijijewicz ja pass auch weil er was in beim Ding da liegt oh wie viel Schuss kommt so an der Dr hat in den oh na und Michael dabei ist höll ist die Kacke weg leh scheiße im Kopf ha 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 msn 발� ha 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 plunging tut er nah pf mittlerweile sie hat geht ich will das auch die Dings an Furtbarkeit nach 15 Prozent hätte das auch nicht ermitteln was mit Schweine doch gesagt mit kurzen Eier aber da hat er noch getroffen und dann die nicht so der Raum mit einer Verlängerung getroffen wenn sie nicht hier gewesen ich weiß ja und lass ihn doch es halt ein Ego ja aber jetzt gar nicht mehr jetzt ist er ja mann so will ich das sehen grandios Töte den Neger er meint nicht wenn du ihn sagst er bläst er das war immer er auch gesagt hatte ja wie sich in einer Fakt haben und müssen das soll er bei 4 13 auch verbessert worden und wurde auch hier sieht man es noch mal ganz gut ist wie schön es sind wird es sein genau in den letzten ich bin aber was gesehen er macht es nicht wenn du ihn sagst Töte den wir haben schon wieder ich will ihn noch mehr Prozent Prozent was zeigt er in den Muttern im Missgebot in der Karte ab Prozent Uuii Guck mal hin! Geholt! Oh, Schütz! ... und wenn wir zum zweiten Mal zur Stift! Nein, nein, nein! 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 Ja, tolle Chance! Dann hat er... Den haben schon viele drin gesehen, aber der... Uua! ich habe gerade so einen Bammel gekriegt und dann ich wollte ihn lupfen aber da hatte ein L vergessen, das ist nicht von der Hand, das ist nur vorderhand also vorderhand aber dann, weißt du? Fussballphilosoph, aber man kann nicht irgendwo anschließen das ist die hohe Kunst des Fußballs hier bisher und die Leute, die sind völlig aus dem Häuschen er ist die greift, dann der Angriff, so muss es sein naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz oh manu das sieht brutal aus, war aber fair, arbeitet mit Ballbind er kommt kurz an den Ball, kann ihn aber nicht gut wundern was geht denn in der Schillerstraße klasse zu spielen, so muss man sich... ich hab mal geguckt Moin Moin nein, das ist ja nicht so schlimm Kini Sekalow, du bist grad live in der Aufnahme, weil wir sind voll, haben voll vergessen, aufnimmt aber kein Ding hallo ich bin grad was spiel dir? man nimmt ihn okay, und wen habt ihr so? ich hab in Wörnitz CT und du? ähm, stimmt, der AC Meiler nein, den Haag, aber ist trotzdem schnell besser, aber vorher hatte der zwei Mal besser also zwei, guck mal ein Stern immer besser ja, ah, das ist nicht schlimm oh, oh guck mal, der lag sich wie du so einen rein, der holen so ach nein, zu viel oder? oh bisschen natürlich ich guck mir noch nicht was denn ich hab das schon freigeschalten dann schief ich ah, okay mir war Magathin noch eingelutscht und zweitensack dazugekommen ja, ich geh wieder weg, ne ich komm, wir gehen 10 Minuten nochmal wieder ah, alles klar, noch rein oder wie lange, oder welche Minute seid ihr? 15 drölfte okay, komm, wir gleich nochmal wieder okay, bis gleich Tor, komm schon ah, Mann da kommt der eiskalt in die Aufnahme denn, die Junge aber konnte er nicht wissen weil wir haben ja ganz vergessen in den Aufnahmestand zu gehen oh, so hätten sie's gerne, aber jetzt hat der Gegner den Ball Mann, guck mal, das gibt's immer Karten, Mann, das ist doch gar nicht Brot deine Mutter hat rot in die Haare ja, naja, guck's auch Jinja schade vor allem hat der Kraft 64 nur in der Rande Ulovich das ist zu wenig jetzt, Mann vor allem war ich mit Schindelig schlafen bei einem langweiligen Spiel ja, aber einfach kalt kann denken, kann Dormann mit Schlechten und zuerst zum langweilig ach, Mann so, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert denn es gibt nicht mal bei bei Kulakai das geht das ist das ist einer Berlin-Geschichte ja, klar ich hab' immer hingestellt worden hast du aber ganz genau gesehen sogar tu doch nicht so ich meine irgendwann vielleicht auch nochmal nicht nein, nein, nein das ist hier vorhin nicht, ja, und ich sagte immer, ich habe mal Krone gelesen Mann deswegen manchen Kostmann Torwart der Macht und lieber allein und die Fertigkeits Nr. Böhm und wie lange er hat man das nicht zu tun wo man falsche Einwurf auch noch hier kein Bock mehr äh meine Kämpfe immer noch die es wird um ein gefolgt am Boden wenn er doch gar nicht in den Tasten weiter das sollte machen und das war der Herr Ecke halten Klasse, wie ihr da das aufgehört dieses Gegners Ach ey, ob nicht er sich den Arsch gebrochen hat oder so Ey, die sind so schlecht Oh mein Gott Ey, ich rechne die Eier ab und vorhaut schlachten Oh, hey Aber hast du einfach mal gerade den Nächsten gesehen? Den... Nee, guck mal an, dass das Spiel ist Hab dir auf mein Torwart gedacht, das hast du mal Wunderbar herausgespielt Geh nicht mehr mit dir Wieso? Oh, kleiner Penner Tschüss, ho rein Oho, okay, lieb Tor, jetzt Nicht Ein Penner Was denn? Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidungsgeschichte Klasse, wie ihr die Situation vorausgeahnt habt Ach, Mann Du schoßen tot Wenn wir denn in Rugby Kleiner Lager Kleiner Lager Und guck mal, die sind so langsam Was ist das, Entertainment für alle? Auch für Lacken, oder? Wie man es Nur wie schnell dein Ernst ist, du laberst rum, ey Überhaupt kein Problem Ja, ich laberst rum, ey Ja, ich laberst rum, ey Ja, der mal war ein Tor aus, Eckbar Namens Hallo Sind wir fertig? Nein, fast Wir sind in zwei Mal da, bunten Tag Wir waren auch keine 10 Oho, scheiße Muss man auch nicht arbeiten Doch Du aber nicht Doch, auch Ja Du hast doch erst 7 Uhr haben Wir haben hier erst 11 nach, oh 11, 12 nach 12 Oh, siehste Nur Noch 5 Stunden schlafen Ja Gut Nee, ich sogar noch mehr, glaube ich Ich stehe ja im Moment immer erst und kurz noch 6 Uhr auf Was ist das denn? Oh nein Ah, schön wie ja Ihr kennt das ja Mir und letztendlich Mir bringt es sich ab, wenn man nicht schlecht ist Nein Wenn man sieht, wieder OBG im Oli aufgehört, wie wir OBG in Oli ist auf Längd Also, wie du siehst, 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 siehst Ah, da sind sie, dass die Lohn ist hier Und schon mal wieder die ersten drei Punkte für die Die, äh, 14. Saison Bedanke ich mich für die Punkte, Oli Wann geht nicht mit schwulen Leuten? Man sieht es nochmal Drei Punkte Saison 14 Und 13 Saison 10 Uhr, naja Gibt es ja mal Na, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal Haut rein, Piet, sagt an die Tschüss Tschüss Danke Dito, Dito, ich nehm noch heute Sag tschüss Ciao Haut rein, Oli's schlecht Ciao